Grüßt euch ganz herzlich. Hier seht ihr jetzt gerade den Sonnenuntergang. Heute möchte ich sprechen über aus inneren Impulsen heraus handeln. Im Gegensatz zu nach äußeren Strukturen oder vorgegebenen Dingen zu handeln, wie wir das so normal gewöhnt sind zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Da gibt es die Struktur Schule oder Kindergarten von so und so viel bis so und so viel Uhr. Und da ging man einfach hin und hat mitgemacht, was die vorgegeben haben. Und in einem Videocall, den ich heute Morgen hatte, haben wir nämlich darüber gesprochen, weil eine in Rente geht, eine schon 80 Jahre alt ist, also schon lange in Rente ist. Und irgendwie kam das Thema auf. Und da ich sehr viele Jahre so gelebt habe, möchte ich das gerne mal weitergeben. Ja, weil es mir im Grunde genommen ja immer darum geht, dass man auch ganz anders leben kann. Dass alles ganz anders sein könnte. Ja, wenn da nicht irgendwelche Leute davon profitieren würden, uns in diesem System zu halten. Genau. Und da ich ja sehr lange aus dem System ausgestiegen war, neun Jahre, und ganz anderes Leben kennengelernt habe, ja, möchte ich euch davon ein bisschen erzählen, weil es so faszinierend war. Ja, jetzt gehe ich hier mal ein Stück weiter, obwohl der Sonnenuntergang mich extrem anzieht. Es gab mal eine Zeit, da habe ich jeden Abend den Sonnenuntergang gesehen. Das ist schon auch eine tolle Geschichte. Also, jetzt gucken wir doch noch mal hier. Also, man kann auch ganz anders leben, wenn man jetzt nicht im Arbeitsberufsleben irgendwie drinsteckt, aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es eben diese, ich sag mal, wunderbare Möglichkeit, aus inneren Impulsen rauszuhandeln. Und nur ein Beispiel, was mir vor drei Tagen passiert ist, ja, war ich noch in Frankreich, in Aix-en-Provence, eine Stadt, wo ich ein Jahr lang sozusagen ohne Geld gelebt habe und hatte irgendwie alles, was ich brauchte. Ja, und da habe ich erst den Freund getroffen, bei dem ich untergebracht war, sechs Wochen, anderthalb Monate. Und wir saßen zusammen an einem Tisch, wir waren noch mit einem anderen Mann, saß er am Tisch und plötzlich merke ich, boah, jetzt möchte ich gerne zum Container gehen. Dort kann man eben ja ganz viel Containern, also das heißt nicht immer, es ist ein Container, manchmal sind es auch Müllbeutel und sich Sachen holen und hat eigentlich fast immer alles, was man braucht zu essen. Irgendwie ein paar Dinge muss man dazu kaufen, Öl oder sowas oder Butter, die findet man nicht so leicht. Okay, oder auch Gewürze. Ja, auf jeden Fall, ich hatte diesen Impuls und habe ihn dann umgesetzt sofort. Ja, und siehe da, normalerweise sind da noch andere Leute, die auch Containern, also einmal waren wir tatsächlich sechs Leute auf einmal, die zusammen Containert haben. Das ist dann natürlich, da findet man nicht so viel mehr unbedingt. Aber auf jeden Fall, da war jetzt gerade keiner vor mir da gewesen und ich habe ganz viele Sachen gefunden, die ich dann auf drei Tüten verteilt habe und es war dann so schwer, dass ich kaum noch laufen konnte, so ungefähr. Auf jeden Fall, ja, war ich sehr erfolgreich und kam dann zurück und dann ging ein bisschen später der Freund von mir nochmal hin und dann war alles weg, weil die Müllabfuhr gekommen ist und ausgeleert hat. Und das war jetzt also so ein typisches Beispiel und ich habe eben jahrelang so gelebt. Das heißt, ich bin meinen Rucksack rumgezogen und habe so geguckt, hey, wo will mich das Leben jetzt hinhaben? und bin da sehr stark nach dem Gefühl oder der Intuition gegangen und der gefolgt und bin dann eben zu Leuten geführt worden, ja, die mich zu sich eingeladen haben und bei denen ich dann eine Zeit lang eben mitgeholfen habe. Und ja, das war jetzt in Aix-en-Provence ist das extrem, diese, ich sag ja, zu Zufällen glückliche göttliche Fügungen, also diese, diese oder Koinzidenzen kann man auch sagen, die passieren dann eben ganz besonders oft, wenn man diesen inneren Impulsen folgt. Also so, ja, wundersame Fügungen kann man einfach dazu sagen, die mich auch total beglücken. Ja, und genau, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Austausch mit einer Frau, die sagt, ja, man weiß ja gar nicht, warum du das alles machst und so, genau, warum erzähle ich, warum schreibe ich Bücher, warum veröffentliche ich die Bücher, also, was ich vorher im Blog beschrieben habe, in meinem Vagabunden-Blog, ja, damit ich den Leuten erzählen kann, man kann auch ganz anders leben, bis hin zu ohne Geld. Und, ja, warum erzähle ich das überhaupt? Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass eben in der Offenbarung des Johannes, im letzten Kapitel, in der Heiligen Schrift, so wie sie genannt wird, also, die Bibel einfach steht, dass am Ende der Zeit, und die sehe ich für gekommen, man nur noch kaufen und verkaufen kann mit der Zahl des Tieres, dreimal die sechs, und dass das an der Hand und an der Stirn irgendwie eingeprägt sein wird. und es steht dann auch, also das ist Kapitel 13, 16 bis 18 und im Kapitel 14, 9 bis 11, also nur ein paar, ähm, ein bisschen weiter steht dann, was Schreckliches mit den Menschen passieren wird, die diese Zahl des Tieres annehmen. Ja, und ich will eigentlich nicht, dass das nur irgendjemand passiert, ehrlich gesagt, aber, ähm, ich weiß, es wird jetzt schon Reklame gemacht, wird mir erzählt, äh, für die, äh, äh, eingepflanzten Mikrochips, dass das ja so gut wäre und dass man da damit bezahlen kann und so. Ich kann davor nur absolut warnen, also, aus meiner Sicht währt Gottes Gnade über alles, aber beim Mikrochip hört's auf, so ist, so steht's da und ich glaube, so ist es auch. Genau. Ja, und deshalb erzähle ich, man kann auch ganz anders leben, und handeln, eben aus diesen Impulsen heraus, wo man innerlich spürt, hm, das und das, ähm, da zieht's mich jetzt gerade hin oder das möchte ich jetzt gerade tun, dann eben den Schritt tun und das umzusetzen. Das ist, ähm, Übung, ich sag jetzt mal jahrelange Übung, dazu, ähm, weil ich das so empfinde, weil es immer wieder auch mal vorkommt, dass der Verstand, also am Anfang noch sehr oft, dass der Verstand dann sagt, ach nee, und lass mal, und irgendwie irgendwas, ne, und da hinzukommen, den Verstand mal außen vor zu lassen und einfach das umzusetzen, ganz, ganz, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ganz einfach, ist es einfach, äh, da braucht man keine, keine Gewalt anzuwenden oder sonst was, sondern man macht es einfach, ganz einfach, eigentlich, ja, aber diesen Impuls umzusetzen, ja, ähm, da, das ist der Trick in der ganzen Geschichte, ähm, und das ist einfach ganz, ganz super, weil da eröffnet, eröffnen sich für uns, ja, ganz neue Wege und ein ganz neues Leben, eine ganz andere Art zu leben. Ja, ich habe es auch mal andere Lebensart genannt, weil ich habe ein ganzes System drum herum kreiert, dass man so leben kann, wenn man möchte. Es scheitert nur daran, dass jetzt halt doch alles noch mehr oder weniger mit Geld läuft hier und noch nicht so viele Menschen verstanden haben, dass es eigentlich viel mehr Spaß macht, alles ohne Geld zu tun. Da hat man nämlich viel mehr Freude. Also ich sage immer, ja, ohne Geld, das kommt von Gott. Ich habe es auch jetzt gerade wieder gelesen, ähm, alles, was umsonst ist, ist für mich, für mich persönlich, ist es von Gott und, ähm, ja, was man bezahlt, hm, irgendwie nicht wirklich. Also so, genau. Äh, ich wollte es jetzt noch mal angefügt haben, ich bin jetzt nicht mehr so ganz so streng, ähm, und mache ja auch wieder Sachen mit Geld, aber ausgewählt, also, da ist so viel im Angebot, äh, was sein Geld nicht wert ist, ne? Also deswegen ganz genau hinschauen. Ja, genau. Und, ich möchte euch jetzt hier damit ermutigen, auf eure inneren Impulse mal zu achten, innezuhalten, da braucht man natürlich einen guten Draht zu sich selber, also eine Verbindung zu sich selber und, ähm, ja, wie, wie ich die herstelle, das ist eben auch durch meine täglichen, ähm, zweistündigen Spaziergänge, ähm, das hilft mir sehr. Also mit mir selber in Kontakt zu kommen, und in die Verbindung zu kommen mit mir selber und aus dieser Verbindung mit mir selber raus, kann ich dann auch wieder leichter mit anderen in Verbindung treten. Also das ist für mich das Wichtigste überhaupt, mit sich selbst verbunden zu sein, weil ich es auch kenne, wie es so ist, wie, wenn das nicht da ist und ehrlich gesagt finde ich den Zustand nicht angenehm, weil man das Gefühl hat, von sich selber getrennt zu sein, von, von seinem Innersten oder, oder höchst, 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 selbst, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, und, ähm, ja, deshalb ermutige ich euch, ähm, da einen, ähm, Schritt zur Seite zu tun, einen anderen Weg zu gehen. Ich sage immer, mit dem Schritt zur Seite beginnt, äh, das Abenteuer und einfach mal andere Erfahrungen zu machen, ähm, andere Sachen auszuprobieren, das würde ich euch wünschen. Jetzt kommt hier gerade, ja, ob der das Recht hat, hier im Wald rumzufahren, möchte ich mal dahin stellen, okay, so, also, ja, und was mir dabei geholfen hat, in diesen Zustand zu kommen, war übrigens von Julia Kammerow und das Weg, das Buch, der Weg des Künstlers, ist. Also, das hat mir sehr geholfen, da bin ich von all meinen Süchten befreit worden und Abhängigkeiten und, ja, bin hin zu einem ganz anderen Leben gekommen, eben zu diesem künstlerischen Leben und Handeln aus Impulsen heraus. Ja, und ich danke euch fürs Zuhören, hier ist nochmal, wo ich lebe, wenn ich nicht woanders bin, und, ja, viel Spaß bei der Umsetzung, ich freue mich über eure Kommentare, Likes, wenn es euch gefallen hat, konstruktives Feedback, weiterleiten und was euch immer sonst noch einfällt. Alles Liebe euch, Tschüss! Tschüss!